Es gibt immer zwei Spiele, um aufzusteigen in der Champions League. Das erste Spiel hat Harry Bräuner gewonnen. Jetzt ist das Rückspiel, da steht es 0 zu 0. Er geht als Favorit in dieses Rückspiel, das ist kein Geheimnis. Es wäre überheblich, etwas anderes zu behaupten, aber ich glaube, die Chance besteht. Dass der Sonntag am Abend emotional für mich sehr, sehr schwierig war, ist kein Geheimnis, dass man dann auch dementsprechend natürlich Bilder liefert der Niedergeschlagenheit. Aber ich habe eine großartige Familie, ich habe ein tolles Team, auch in der Partei hinter mir, die mich sofort aufgebaut haben. Und nach einer relativ kurzen Nacht des Nachdenkens war für mich kein Zweifel, ich kämpfe weiter. Was wird jetzt die zentrale Botschaft sein im Stichwahl Wahlkampf? Also erstens ganz klar die Unterschiede bei den zentralen Themen Wohnen, Verkehr, Kinderbetreuung, Bildung, Kultur, Sport gegenüber dem Harry Bräuner, auch beim Thema Sicherheit herausarbeiten. Und auch ein klares Angebot an die Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Und speziell in Stadtteilen, die große Probleme haben, dass sie doch auch zur Wahl gehen sollen und nicht andere Stadtteile über ihre Zukunft entscheiden lassen. Eines hat mich am Montag neben den vielen, vielen Zuspruch, den ich bekommen habe, überrascht, dass viele Menschen, die sich deklariert haben, nicht bei der Wahl gewesen zu sein, erschüttert über den Machtausbau der ÖVP geäußert haben. Und da hoffe ich, dass eine gewisse Mobilisierung entsteht. Wir werden auf jeden Fall in den Sprengeln, wo die Wahlbeteiligung ganz niedrig war, nochmal intensiv versuchen, mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Also ich bin ein Mensch, der neben der Funktion auch immer den Menschen sieht. Und da habe ich auch nie ein Geheimnis gemacht, dass das menschliche Harry Bräuner und mir, dass das sehr gut passt. Und er hat mich am Abend irgendwie auch aufgebaut und gesagt, mir ist es 2014 so gegangen. Ich bin mit 19 Prozent hier gestanden und wusste, jetzt kommen die ersten Rücktrittsforderungen. Und er hat mir viel Kraft gewünscht und Durchhaltevermögen. Und ja, das zeigt auch von einer gewissen menschlichen Größe. Und ja, ich hoffe, ich kann das auch mal zurückgeben.